Im heutigen Video geht es um 10 Mörder aus Europa. Unter den Tätern sind Frauen sowie Männer. Vom grausamen Attentäter bis hin zum eiskalten Serienmörder ist quasi jede Tätergruppe vertreten. Und natürlich fehlt es auch in diesem Video nicht an einer ordentlichen Portion Sarkasmus. Anders kann man die Fälle aber auch kaum ertragen, ohne selbst einen Dachschaden zu bekommen. Gebt dem Video gerne ein Like und deabonniert für mehr ähnliche Videos. Die 22-jährige Studentin Julia hat sich in diesem Jahr von ihrem etwa gleichaltrigen Freund Filippo getrennt. Die beiden haben an einer Uni etwa eine halbe Stunde von Venedig entfernt studiert. Die Trennung ist jedoch nicht in beiderseitigem Einverständnis geschehen. Filippo wendet eine der ekelhaftesten und manipulativsten Techniken überhaupt an. Er droht Julia, sich etwas anzutun oder gar sich das Leben zu nehmen, wenn sie die Beziehung nicht wieder eingehen will. Julia ist daraufhin verständlicherweise völlig perplex und weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Empathisch wie sie ist, sagt sie sogar noch, dass es ihr leid tut, dass Filippo so unter der Trennung leidet. Im November dieses Jahres kommt es dann aber zu einer vollkommen verstörenden Situation. Julia und Filippo sind plötzlich spurlos verschwunden. Aufgrund der eingangs erwähnten Umstände war jedem sofort klar, dass die junge Frau unmöglich freiwillig mit ihrem Exfreund untergetaucht sein kann. Zunächst gibt es kaum Hinweise auf den Verbleib der beiden. Zeugen sagen aus, das ehemalige Paar streitend nahe eines Einkaufszentrums gesehen zu haben. Doch am 18. November, rund eine Woche nach dem Verschwinden, gibt es dann die traurige Gewissheit. Julia ist Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ihre Leiche wird in einem Alpensee gefunden. Als dringend tatverdächtig gilt sofort Filippo, von dem zu diesem Zeitpunkt aber noch immer jede Spur fehlt. Doch am selben Abend kann der junge Mann in seinem schwarzen Fiat auf der A9 in Sachsen-Anhalt festgenommen werden. Videoaufnahmen vom Tag des Verschwindens zeigen, wie er Julia brutal niederschlägt und in sein Auto verschleppt. Die rechtsmedizinische Untersuchung zeigt, dass die Frau durch Messerstiche getötet wurde. Filippo hat ihre Leiche allem Anschein nach wie Abfall eine Böschung heruntergeworfen. Und Julias toter Körper ist am Ende dann in den See gefallen. In den ersten Vernehmungen hat der 21-Jährige die Tat bereits gestanden. Er muss nun mit einer Anklage wegen Mordes rechnen. Julias Tod hat in Italien und darüber hinaus für große Aufmerksamkeit gesorgt. Viele nehmen die brutale Tat zum Anlass, um auf sogenannte Femizide aufmerksam zu machen. Die 17-jährige Marta del Castillo lebt 2009 zusammen mit ihren Eltern in Sevilla. Am Abend des 24. Januar teilt sie einer Freundin mit, dass sie gleich mit Miguel und anderen Freunden Zeit verbringen wird. Marta war bis vor kurzem in einer Beziehung mit Miguel, zum Unmut ihrer Eltern. Die sehen in dem 19-Jährigen einen potenziell gewalttätigen jungen Mann. Gegen 17 Uhr verlässt Marta das Haus. Als sie an jenem Abend aber einfach nicht wieder nach Hause kommt, werden ihre Eltern unruhig und rufen Martas Freunde an, mit denen sie draußen war. Da die jedoch nur schwammige und durchaus komische Aussagen machen, verständigen Martas Eltern die Polizei. Das Mädchen wird noch in derselben Nacht als vermisst gemeldet. Relativ schnell geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Martas angebliche Freunde und Miguel werden verhört. Kurz danach gesteht Miguel, Marta während eines Streits mit einem Aschenbecher erschlagen zu haben. Blutspuren, unter anderem auf seiner Jacke, untermauern seine Aussage. Zusammen mit Komplizen habe er die Leiche dann in einen nahegelegenen Fluss geworfen. Die Ermittler leiten daraufhin eine enorm aufwendige Suchaktion ein. Taucher, Schiffe, Hubschrauber, Suchhunde sowie hunderte Polizisten und Freiwillige beteiligen sich an der Suche und drehen jeden Stein fünfmal um. Doch die Leiche bleibt verschwunden. Was dann geschehen ist, lässt schon wieder meine Halsschlagader pulsieren. Der Schwachkopf Miguel widerruft sein Geständnis und erzählt plötzlich eine ganz andere Version. Demnach sei nicht er der Mörder, sondern einer seiner Freunde. Darüber hinaus hätten sie die Leiche in einer Mülldeponie entsorgt und nicht in dem Fluss. Die Version behält er aber auch nicht lange bei. Gemäß des dritten Geständnisses wollte Miguel Marta mit einem Komplizen sexuell missbrauchen. Als die sich jedoch heftig zur Wehr setzt, schlagen die beiden auf sie ein und töten die 17-Jährige. Die Version gilt bis heute am plausibelsten, weil im Schlafzimmer von Miguels Wohnung ebenfalls Blutspuren gefunden worden sind. Der Prozess stellt sich aufgrund der abartigen Spielchen von Miguel und der Tatsache, dass keine Leiche gefunden werden konnte, als äußerst schwierig und kompliziert dar. Am Ende kann nur Miguel belangt werden. Er wird zu 21 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Alle anderen mutmaßlichen Komplizen sind im Großen und Ganzen freigesprochen worden. Martas Leiche konnte allerdings bis heute nicht gefunden werden. Ich möchte mich informieren. Mit dieser Frage verschafft sich der damals 20 Jahre alte Kim de Gelder am 23. Januar 2009 Zugang zu einer Kindertagesstätte in Belgien. Was niemand ahnt, Kim ist ein eiskalter Mörder, der rund eine Woche zuvor eine ältere Dame erstochen hat. Und in der Tagesstätte zieht er wieder ein Messer und ersticht eine Betreuerin und zwei Kleinkinder. Zeugenaussagen zufolge stach er wahllos auf alles ein, was sich bewegte und auch auf wehrlose Kleinkinder. Von den damals dort anwesenden 18 Kindern wurden neben den drei Opfern noch 10 weitere verletzt. Es grenzt an ein Wunder, dass seine kranke und unmenschliche Tat nicht noch mehr Todesopfer gefordert hat. Kim de Gelder konnte nach kurzer Flucht verhaftet werden. In seinem Rucksack stellt die Polizei weitere Waffen sicher. Er hatte fest vor, noch mehr Menschen zu töten und war schon auf dem Weg zu einem anderen Kindergarten. Vier Jahre später musste ein Gericht über das Monster von Mensch urteilen. Im Prozess machte Angeklagte keinerlei Aussagen. Was aber aufgrund seines nicht vorhandenen Gehirns kein Wunder gewesen ist. Demnach kann über das Tatmotiv nur gemutmaßt werden. Experten gehen davon aus, dass er sich an der Gesellschaft rächen wollte, warum auch immer. Kim wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Problem daran war aber, dass lebenslang in Belgien maximal 30 Jahre bedeutet und der Täter schon viel früher Anspruch auf Bewährung hat. Da Kim für voll schuldfähig erklärt wurde, gab es auch nur bedingt die Möglichkeit, ihn nach dem Gefängnis psychiatrisch unterzubringen. Doch 2019 fällt der Richter dann zum Glück das entsprechende Urteil. Kim wird auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe weiter weggesperrt bleiben. Hoffentlich so lange, bis der Putz von der Decke fällt. In Nicosia auf Zypan kommt es 2019 zur heftigen Überschwemmung. Während die Folgen der Wassermassen gerade von der Feuerwehr beseitigt werden, wird in einem Minenschacht die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Zunächst ging man von einem Unfall aus. Doch die Obduktion ergibt, dass die Frau seit einigen Monaten als vermisst gilt und getötet wurde. Die Ermittler untersuchen daraufhin die Gegend, um etwaige Beweise zu sichern. Und zum Erstaunen aller werden noch mehr sterbliche Überreste von anderen Frauen entdeckt. Nur vier Tage nach dem ersten Leichenfund kann ein Mann als mutmaßlicher Täter verhaftet werden. Der griechisch-zyprische Armee-Offizier Nikos Metaxas. In den Vernehmungen gesteht er und gibt allmählich das ganze Ausmaß seiner Taten preis. In einem Zeitraum von drei Monaten werden durch die Aussagen von Nikos die sterblichen Überreste von insgesamt sieben weiblichen Personen entdeckt, darunter zwei kleine Mädchen. Drei der Leichen wurden in Koffer gezwängt und dann an abgelegenen Stellen verscharrt. Die meisten Leichen wurden aber ins Wasser geworfen. Als der Fall medial für Aufmerksamkeit sorgt, melden sich Dutzende Frauen. Die geben an, von Nikos sexuell belästigt oder missbraucht worden zu sein. Wie sich im Prozess herausstellt, hat Nikos über die Dating-App Badoo gezielt nach ausländischen Frauen gesucht, die kaum Kontakte auf Zypern hatten. Nachdem er sie überzeugt, sich mit ihm zu treffen, tötet er die Frauen. Und in zwei Fällen sogar die minderjährigen Mädchen der Opfer. Der Polizei wurde anschließend Schlamperei vorgeworfen. Die Gründe dafür? Die Ermittler sind den Dutzenden Vermissenfällen kaum nachgegangen. Und sie haben wichtige Beweisstücke gegen Nikos einfach verloren. Im Zuge dessen gab es sogar Entlassungen und andere Sanktionen gegenüber den entsprechenden Polizisten. Die Behörden haben sich im Nachgang sogar öffentlich dafür entschuldigt. Nikos Metaxas bekennt sich vor Gericht schuldig. Er ist die erste Person, die jemals auf Zypern wegen sieben Morden zu jeweils einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden ist. Da alle Opfer missbraucht wurden und beim Auffinden gefesselt waren, ist davon auszugehen, dass Nikos aus kranken sexuellen Neigung herausgetötet hat. Die perverse Misssau hat es befriedigt, seine Opfer zu quälen und sie leiden zu sehen. Der Mitte-30-Jährige wird das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen. 2007 kommt es in einem Haus südlich von Brüssel zu einer Tat, die kaum in Worte zu fassen ist. Die 40-jährige Genevieve Lémit ist mit ihren fünf Kindern allein zu Haus. Ihr Ehemann befindet sich währenddessen bei Verwandten in Marokko. Genevieve hat die folgenden Geschehnisse genauestens und minutiös geplant. Bevor sie zur eigentlichen Tat schreitet, verfasst sie mehrere Abschiedsbriefe. Dann beginnt sie, ein Kind nach dem anderen bewusstlos zu schlagen und ihnen die Kehle aufzuschneiden. Die widerwärtige Kreatur, die den Namen Mutter nicht verdient hat, lockt die Kinder sogar in ihre Zimmer. Mit dem Versprechen, dort würde eine Überraschung warten. Dann schlägt sie den armen Kindern von hinten auf den Kopf und sticht mit dem Messer zu. Die vier Mädchen und der Junge im Alter von drei bis 14 Jahren sterben noch am Tatort. Im Anschluss versucht Genevieve, sich das Leben zu nehmen. Doch der Versuch scheitert und sie wird verhaftet. Die Öffentlichkeit ist beim Bekanntwerden des Falles mehr als entsetzt. Zumal Genevieve in ihrem bisherigen Leben kein auffälliges Verhalten gezeigt hat. Im Gegenteil, sie hat studiert und ist jahrelang einer Arbeit nachgegangen. Und bis zu der Tat hat sie sich allem Anschein nach auch normal um ihre Kinder gekümmert. Im Prozess bedient sie sich dann der Standarderklärung. Sie war unzufrieden mit ihrer Ehe und sei aufgrund psychischer Probleme nicht zurechnungsfähig. Doch das Gericht geht davon aus, dass Genevieve die fünf Morde vorsätzlich und geplant begangen hat. Sie erhält zwar lebenslang, die Strafe ist aber zweitrangig. Denn am Todestag ihrer Kinder, 16 Jahre später, also vergangenen Februar, nimmt sie die in Belgien legale Sterbehilfe in Anspruch. Die Mitte-50-Jährige hat sich auf ein angebliches psychisches Leiden berufen, wegen dem ihr Leben nicht mehr erträglich gewesen sei. Rückgratlos aus der Affäre ziehen trifft es wohl eher. Die nächste Tat hat sich 2013 in Serbien, etwa 50 Kilometer südlich von Belgrad, zugetragen. Am 8. April, gegen kurz nach 4 Uhr, dringt Ljubisar Bogdanovic in die Häuser von Nachbarn und Verwandten ein. Der 60-Jährige ist mit einer Pistole bewaffnet. Mitten in der Nacht geht er jeweils in die Schlafzimmer und schießt den Opfern ohne Vorwarnung in den Kopf. Innerhalb von nur 30 Minuten tötet er sechs Frauen, sechs Männer und ein zweijähriges Kind. Als die Polizei eintrifft, versucht Ljubisar, sich das Leben zu nehmen. Doch er überlebt schwer verletzt, stirbt aber zwei Tage später im Krankenhaus, ohne sich zu der Tat äußern zu können. Gemäß der späteren Rekonstruktion hat er als erstes auf seine Frau und den gemeinsamen Sohn geschossen und im Anschluss auf seine Verwandten und Nachbarn. Nach der mehr als grausamen Tat versuchen die Ermittler, das Motiv zu eruieren. Ljubisar hat im Kroatienkrieg gekämpft und soll seit einiger Zeit in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Bis zum Tatzeitpunkt war er den Personen aus seinem Umfeld gegenüber aber nie gewalttätig. Die Tat ist demnach für jeden komplett aus dem Nichts geschehen. Das genaue Motiv für die insgesamt 14 Morde wird vermutlich niemals geklärt werden. Ljubisar hat sich im Vorfeld niemandem gegenüber geäußert und auch sonst keine schriftlichen Erklärungen hinterlassen. Die Tatwaffe durfte der Serbe allenfalls legal besitzen. Wie durch ein Wunder hat seine Frau den Kopfschuss überlebt. Aber selbst die kann sich die Tat nicht im geringsten erklären. Erik Borel lebt 1995 in einem Haus an der Côte d'Azur. Seine Kindheit und Jugend war relativ chaotisch. Nachdem die Eltern sich scheiden lassen, lebt er zeitweise bei seinen Großeltern, später dann aber auch bei seinem Vater. Zuletzt wohnt er mit seiner Mutter und deren neuen Mann an der Küste Frankreichs. Im September 1995 wird aus dem 16-jährigen Schüler von heute auf morgen ein brutaler Killer. Erik erschießt gegen Abend zunächst seinen Stiefvater und erschlägt Minuten später seinen Halbbruder. Dann wartet er im Haus, bis seine Mutter nach Hause kommt. Im Anschluss erschießt er auch sie. Völlig unerwartet und eiskalt. Obwohl die drei nicht seine letzten Opfer bleiben werden, entsorgt er deren Leichen und reinigt den Tatort penibel. Erik verbringt die Nacht im Freien und trifft sich am nächsten Tag frühmorgens mit seinem besten und einzigen Freund. Die beiden diskutieren lange. Worüber genau, ist unklar. Vielleicht hat Erik ihm erzählt, dass er den Großteil seiner Familie am Tag zuvor getötet hat. Am Ende des Gespräches erschießt der 16-jährige Erik auch seinen etwa gleichaltrigen Freund, heimtückisch von hinten mit einem Schuss in den Rücken. Nach dem inzwischen vierten Mord schießt er wahllos auf jeden, den er sieht. Während dieses Amoklaufs tötet er innerhalb von weniger als einer Stunde sieben weitere Männer und vier Frauen, alle im Alter zwischen 15 und Ende 70. Darüber hinaus verletzt er noch mehr Personen, teilweise lebensgefährlich. Erik läuft dabei ziellos durch die Gegend und schießt in Häuser und Wohnungen. Manche seiner Opfer richtet er auf offener Straße förmlich hin. Als die Polizei mit einem Großaufgebot eintrifft, nimmt Erik sich das Leben mit einem Kopfschuss. Nach dem mehr als grausam Massaker versuchen die Ermittler herauszufinden, was Eriks Motiv gewesen sein könnte. Die Antwort auf die Frage ist zunächst nicht einfach zu finden. Denn der Junge galt als ruhig und diszipliniert, hatte durchweg gute Noten und keine Vorstrafen. In den Monaten vor der Tat hat sich sein Verhalten jedoch drastisch geändert. Erik schwänzt plötzlich die Schule und äußert gegenüber seinem Freund, dass er unbedingt zum Militär will, um Menschen zu töten. Dabei erwähnt er auch, dass er es zu Hause nicht mehr aushält und plant, sich das Leben zu nehmen. In diesem Falle will er aber mindestens noch zwei bis drei Menschen mit in den Tod reißen. Die genauen Motive und Hintergründe für die Taten werden aber nie ganz durchleuchtet werden können. Es ist aber durchaus verstörend, dass sich aus einem normalen Schüler innerhalb weniger Monate einer der schlimmsten Attentäter Frankreichs entwickelt hat. Philipp Kapisoda hat es im serbischen Fernsehen aufgrund seiner attraktiven Erscheinungen weit gebracht. Bekannt wurde er durch eine Reality-Show. Die Zuschauer fanden ihn durchaus sympathisch und Philipp hätte die Show beinahe sogar gewonnen. Von da an hagelte es Angebote von Model-Agenturen und Firmen aus anderen Branchen. 2006 wird er sogar auf der Fashion Week mit einem Preis ausgezeichnet. Philipp hatte demnach eine vielversprechende Karriere vor sich. Lediglich in seinem Liebesleben läuft es eher mittelmäßig. Er ist in einer Beziehung mit der Sängerin Xenia Paiqin. Die Liebschaft zerbricht letztendlich jedoch aufgrund von Streitereien. Die beiden schaffen es zwar immer wieder, sich zu versöhnen, doch im März 2010 endet die Beziehung für beide tödlich. Gemäß den späteren Ermittlungen ist es in seiner Wohnung in Belgrad zu folgendem Tathergang gekommen. Zwischen Xenia und Philipp kommt es wieder einmal zum Streit. Sie zieht sich ihre Jacke an und will gehen. Doch dann schießt Philipp ihr von hinten in den Kopf und tötet sie augenblicklich. Sekunden später richtet er die Waffe gegen sich und nimmt sich ebenfalls das Leben. Die beiden Leichen werden wenig später entdeckt und sofort ist klar, dass es sich um Mord und Selbstmord handelt. Es wird davon ausgegangen, dass Xenia die Beziehung mit ihm aufgrund seiner Eifersucht beenden wollte. Er konnte den Gedanken offenbar aber nicht ertragen, dass sie eines Tages einen anderen Mann haben könnte. Demzufolge war es Philipp lieber, sie und sich selbst zu töten. Ein Detektiv kommt bei seiner Untersuchung jedoch zu einem anderen Ergebnis. Vor dem Mord sei es zwar zu einem Streit zwischen den beiden gekommen, der Grund war aber nicht Philipps Eifersucht, sondern seine Freundin hat herausgefunden, dass er sie betrogen hat. Die Version passt deutlich besser ins Bild, denn Xenia hatte in den Jahren der gemeinsamen Beziehung immer wieder Auftritte, wo sie auch mit anderen Männern getanzt hat und Körperkontakt hatte. Das scheint Philipp nie gestört zu haben. Aber auch in diesem Fall bleibt das genaue Motiv ein Rätsel. Die 22-jährige Mia Steven aus Dänemark zieht letztes Jahr im Februar um die Häuser und besucht einige Nachtclubs. Da sie trotz diverser Versuche kein Taxi bekommt, nimmt sie die Hilfe eines fremden Mannes an. Thomas Thompson bietet an, sie nach Hause zu fahren. Doch die Nacht endet in einer entsetzlichen Tat und für die junge Krankenschwester tödlich. Thomas versucht sie zu missbrauchen. Ob es bei einem Versuch geblieben ist, konnte nie rekonstruiert werden. Fakt ist, dass er die Frau erdrosselt und ihre Leiche in sage und schreibe 230 Teile zerstückelt. Dann legt er die Teile in Säure und vergräbt die sterblichen Überreste im Wald. Es dauert nicht lange, bis Mia als Vermisst gemeldet wird und Überwachungskameraaufnahmen zeigen, dass sie in Thomas' Auto gestiegen ist. Der Elektriker war bereits wegen Stalking vorbestraft. Unter anderem hat er bei dem Auto seiner Ex-Freundin sogar die Bremsleitung durchtrennt. In den Vernehmungen und später im Prozess macht der Angeklagte die idiotischsten Angaben überhaupt. Sie hätte ihn sexuell belästigt und sei im Wald gestürzt und habe sich dabei selbst erdrosselt. Aus Angst habe er sie dann zerstückelt. Wie kann man so blöd sein und glauben, dass einem die Story jemand glaubt? Also Real Talk, da hätte ein Fünfjähriger eine plausiblere Geschichte erfinden können. Dass der Klappspaten aber nicht der hellste Stern am Firmament ist, sieht man direkt, wenn man in seine treudorfen Augen guckt. Der 37-jährige Thompson ist des Mordes für schuldig befunden worden und wird lebenslang im Gefängnis bleiben. Ende Dezember 2007 war der Australier Jock Palfrey Man in Sofia unterwegs. Ziemlich spät in dieser Nacht bemerkte er eine Gruppe von mindestens 15 Männern, die zwei Roma angegriffen haben. Bei dieser Gruppe handelte es sich um Hooligans mit neonazistischen Tendenzen. Und der Angriff war offensichtlich eine rassistische Attacke gegen die Roma, denn die sind in Bulgarien teilweise schwerwiegender Verfolgung ausgesetzt. Jock ging dazwischen und die Roma konnten flüchten. Die Gruppe wandte sich nun ihm aber zu und griff ihn an. Jock zieht ein Messer, um sich zu verteidigen. Dabei sticht er auf zwei Männer ein, wovon einer wenig später verstirbt. Das klingt jetzt erstmal wie Selbstverteidigung, doch das Problem war, dass der getötete Hooligan einer einflussreichen bulgarischen Familie angehörte. Jock Palfrey Man wird von dem korrupten Rechtssystem kein fairer Prozess gewährt. Es werden Zeugen bestochen, Beweise vernichtet und Absprachen getroffen. All das führt zu einer Verurteilung von 20 Jahren Haft für den Australier. Bis heute sitzt er in Bulgarien im Gefängnis. Bis heute ist er in Bulgarien im Gefängnis.